Peace Leute und willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Ami Loves ASMR Im heutigen Video möchte ich ein paar Knistergeräusche machen Und dafür habe ich ein kleines Sekund von M mitgebracht Und zwar diesen Knistertonut Der ist auch ganz weich Ganz weich Ganz weich Ganz weich Und der Knister zwischen Ich habe ja schon mal vor ein paar Monaten Das ist wirklich schon sehr lange her Eines meiner ersten oder ich glaube sogar das erste Video Das ich gemacht habe Mit ASMR Und mit der Ami damals Da waren auch ganz viele von diesen Knisterknister Knisterknister Knisterknisterknister Knisterknister Und die sind jetzt nicht mehr da Aber den habe ich hier noch gefunden Und Dann habe ich gedacht Ich mache einfach mal so ein Video Du früh ein bisschen Knisterknisterknister Am besten lehnt euch einfach zurück Und genießt die Sounds Oh Guck 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 Ich habe einen kleinen Schmuck, einen kleinen Schmuck, einen kleinen Schmuck und einen kleinen Schmuck. Und das war mir schon noch ein bisschen wieder herrkoppelt. Ich hätte euch gerne mehr von diesen Ringen oder Tunuts mitgebracht, aber das ist tatsächlich der einzige von allen, der diese Knistergeräusche hat. Also diese Folie innen, die so schön knistert. Also diese Folie innen, die so schön knistert. Für alle, die noch nicht so oft auf unserem Kanal waren, hier wisst ihr, ich liebe diese Tappings und die Tapping Sounds. Und nach den Tapping Sounds kommt als nächstes die Brushing, Brushing, Brushing Sounds. Und die Brushing Sounds, da habe ich jetzt was Cooles entdeckt. Ich habe ja diese neuen Aufsätze, unter anderem diesen Fellaufsatz für mein Mikro. Aber wenn man den abmacht und dann über das Mikro streicht, dann sind das auch unfassbar coole und entspannende Sounds. Okay, ich probiere jetzt mal aus. Das klingt doch mega. Komm dich gleich bei rein schlafen. Okay, ich probiere jetzt mal aus. Okay. 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 Also, wir probiere jetzt mal aus und sehen hier um. ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Relax. 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 so So, nochmal zurück zu unserem Tonat. Ich finde den Mix aus diesem Glistern und diesen sanften Brushings total genial. So, nochmal zurück zu unserem Glistern und diesen Glistern. Ich finde es gut. Das war's für heute. So, meine Freunde, das war's auch schon wieder mit diesem BD. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr von diesem Content sehen wollt oder generell, wenn es euch gefällt, was ich hier mache, dann lasst mir gerne ein Abo da und alarmiert die Glocke, damit ihr keine Videos verpasst. Ihr könnt auch jederzeit gerne was unter die Videos kommentieren, was ihr sehen wollt. Ich versuche dann, alles umzusetzen, was ihr euch wünscht. Und freue mich auf eure Rückmeldung. Und jetzt... Nacht.